Wenn du eine Arbeit gefunden hast, dann bitten wir dich, uns deine Steueridentifikationsnummer und deine Sozialversicherungsnummer zukommen zu lassen. Schwere Wörter, aber was genau ist das eigentlich und woher bekommst du diese Nummer? Die Steueridentifikationsnummer wird kurz auch Steuer-ID genannt oder TIN und ist eine elfstellige Nummer. Wenn du vor SocialBee bereits einmal in einer anderen deutschen Firma gearbeitet hast, dann findest du deine Steuer-ID auf deinen alten Lohnabrechnungen. Ist SocialBee bzw. dein Einsatzbetrieb deine erste Firma in Deutschland? Dann kannst du deine Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen. Gehe dazu auf die Webseite des Bundeszentralamts für Steuern. Suche ID-Nummer ermitteln und klicke auf mehr erfahren. Trage dann die erforderlichen Daten ein und klicke auf senden. Aus Datenschutzgründen wird dir deine Steuer-ID nicht am Telefon oder per E-Mail mitgeteilt. Stattdessen schickt man dir einen Brief. Das dauert in der Regel bis zu vier Wochen, in Ausnahmefällen auch mal bis zu zwölf Wochen. Die Sozialversicherungsnummer, kurz auch SV-Nummer genannt, kann dir dagegen deine Krankenkasse mitteilen. Rufe dazu einfach bei deiner Krankenkasse an oder schreibe eine E-Mail und bitte um das Zusenden deiner Sozialversicherungsnummer. Auch hier gilt, aus Datenschutzgründen schickt man dir die Sozialversicherungsnummer an deine Wohnadresse. Das dauert je nach Krankenkasse unterschiedlich, sollte aber eigentlich nur ungefähr eine Woche dauern. Das dauert je nach Krankenkasse. Das dauert je nach Krankenkasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020